Musik 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 Wie versprochen bin ich nun zum Deutschen Weideninstitut Und habe mich hier mit der Janina getroffen, der Weinkönigin Deutschlands Genau Janina, danke, dass der Hochadel, wie man ja so schön, der Hochweinadel sich Zeit genommen hat Gerne doch Für mich, ja Du bist, seit wann bist du jetzt die deutsche Weinkönigin? Seit September, immer im September ist die Wahl, genau, passend zur Lesezeit Also ich habe jetzt Halbzeit ungefähr Genau Und dann warst du Weinkönigin in welches Land vorher gewesen? In der Pfalz, ich komme aus der Pfalz, aus Bad Dürkheim Genau Jetzt, wie ist das, um Weinkönigin zu werden? Ist das dann, wenn wir das jetzt in der Weinfachsprache sagen würden, ist das dann eine Selektion aller anderen Weinköniginnen im Prinzip? Ja, das ist so ein bisschen die Aufgabe der Jury, da ein bisschen zu selektieren Das stimmt, aber es ist natürlich ein Wettbewerb, aber es läuft auch alles auf freundschaftlicher Ebene ab Und am Ende wird gewählt, eine wird die Königin, es gibt aber auch noch zwei Prinzessinnen Man muss Fachfragen beantworten, spontan Reden halten, Weine verkosten auf der Bühne, unter Kameralicht Ja, das gehört dazu und am Ende wird gewählt und ich war die Glückliche Aha, und du hast dann alle Fachfragen beantworten können? Genau, ich habe die Fachfragen beantwortet, die vor allem so ein bisschen in die Konsumentenrichtung gehen Bei der Weinkönigin geht es einfach darum, den Draht zwischen Winzern und Konsumenten aufrechtzuerhalten Da ein bisschen zu kommunizieren, also vor allem ein Kommunikationsamt, so ein bisschen so ein Testimonial für deutschen Wein quasi Also du bist ja nicht die erste Weinkönigin, die vor meiner Kamera steht Ja Und noch keine Weinkönigin hat es geschafft, meine Frage richtig beantworten zu können Oh! Darf ich die dir stellen? Kriege ich jetzt schon Angst Ja, kannst du mit dem Unterschied zwischen einem Chateau Briand und einem Chateau Lafitte erklären? Einem Chateau Briand und Chateau Lafitte Das sind natürlich Namen, die man kennt, aber ehrlich gesagt ist natürlich der deutsche Wein mein Hauptfokus und nicht der französische Von daher muss ich da bei dem genauen Unterschied passen Ich erkläre euch kurz nochmal den Unterschied Ein Chateau Briand ist ein doppeltes Philly Steak und ein Chateau Lafitte ist natürlich eines der bekanntesten Weingüter Frankreichs Ja, das war ja auch klar Aber die beiden zusammen, warum nicht? Ja, warum nicht? Die beiden passen zusammen Die beiden machen zusammen bestimmt richtig viel Spaß Was mich noch interessieren würde, du trägst auch eine Krone am Finger Ja Ist das jetzt Standard bei einer Weinkönigin? Weil das ist mir noch nie aufgefallen Echt? Nö Tja, da hättest du mal in den letzten Jahren genauer hinschauen sollen Ja, ich war immer so beeindruckt von den Augen, dass ich dann immer und vom Wein Aha, heißt das jetzt nicht und deswegen hast du jetzt auf den Ring geschaut Achso, nein, das heißt es nicht Nein, also der Ring, der ist von einer Goldschmiedin in Landau in der Pfalz Und die hat damals als Katja Schweder, deutsche Weinkönigin, wurde sich so gefreut, dass ein Mädel aus ihrer Region das wird, dass sie diesen Ring kreiert hat und seitdem kriegt die deutsche Weinkönigin den gesponsort Den darf man auch behalten Jedes Jahr einen neuen Genau, und der ist immer individuell gestaltet und mein Ring ist ein Riesling-Ring, da sind Riesling-Farben in unterschiedlichen Facetten drauf und noch zwei freche Spätburgunder haben sich eingemischt Also jeder Ring hat eine Geschichte, die man auch immer mal wieder erzählen kann Schön Ja Danke sehr Gerne Gerne Ja 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 generally